Hallo liebe Lisa, so schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Ja, ich mich genauso. Sag mal vielleicht den Menschen hier, wer bist du und was machst du? Genau, also ich bin Lisa, ich bin Online-Mentorin und ich helfe Frauen, die Single sind, die schon auch sehr viel im Leben erreicht haben, denen es gut geht, jetzt den Richtigen anzuziehen, den Richtigen zu manifestieren und eine glückliche, erfüllte Beziehung zu führen. Mega, mega schön. Lisa ist bei mir aktuell im Programm, also sie ist erst seit ein paar Wochen da und unsere Reise hat schon auf einer Veranstaltung gestartet und das muss ich erzählen, weil ich das so schön finde, wo sie noch gar nicht Kundin war. Kannst du dich noch erinnern? Ja, und ich kannte dich ja gar nicht so lange, also du bist erst ein paar Wochen davor in mein Feld gekommen. Und kannst du dich noch an unser Gespräch erinnern am Founders Summit? Ja, ja, also ich hatte mein Programm, was ich kaufen wollte, Soulmatch und ich hatte für mich einen Preis gewählt, wo ich noch nicht so sicher damit war. und es hat halt niemand gebucht bis zu dem Zeitpunkt und dann, ich hatte ja irgendwie einen vollen Impuls, zu dir zu gehen und dann war ich in deinem Stand und so und dann haben wir darüber geredet und dann hast du mich sehr schnell irgendwie gefragt, ob ich meinen Freien fühle und ich wollte ja sagen und ich konnte es aber nicht und deswegen konnte ich erst mal gar nicht sagen und dann meintest du so, ja, das ist ein Nein und ich so, ja, ja, das ist ein Nein. Und wo du mir dann erzählt hast, dass du am Anfang auch einfach nach deinem Gefühl gegangen bist und auch für jeden Kunden einen anderen Preis, je nachdem, was für den Kunden halt gerade gut war, ist in mir irgendwie so eine Erleichterung entstanden, dass ich einfach, ja, immer situationsbedingt und kundenbedingt meinen Preis gestalten darf. und dann ist auch tatsächlich, also ist ein neuer Preis zu mir gekommen, der war einfach so da und am nächsten Tag habe ich dann mir diesen Preis verkauft. Und das war so der Hammer, weil nämlich der Founders damit am nächsten Tag noch da war und du bist zu mir an den Stand gekommen, da hast du gesagt, ich habe meine erste Kunden für diesen Preis gewonnen und ich feiere das so sehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, die Lisa ist zu mir ins Programm gekommen und Lisa, was hat sich seit der Zusammenarbeit mit mir für dich verändert? Weil es ist ja nicht die erste Kundin dann gewesen. Ja, also ich bin so viel selbstsicherer in mir geworden und es ist einfach, ich tausche mich die ganze Zeit mit meinem Buddy aus, den ich auch jetzt bei dir im Programm kennengelernt habe und es ist einfach, es ist richtig mega, welche Menschen in mein Leben gekommen sind und ich kann ja einfach die ganze Zeit nur sagen, also es ist wie magisch, weil ich sehe, dass ich mich in die Richtung entwickle, wo ich hin möchte und es passiert von alleine gefühlt. Es passiert von alleine gefühlt und es ist nicht von alleine, weil ich innere Arbeit mache, weil ich die Arbeit mache und weil ich durch die Zusammenarbeit mit dir und mit Bob Rockton, mit dem Thinking in Results, sich einfach so viel verändert und ich mache, ich habe so tägliche Dinge, die ich mache, die ich integriert habe seitdem und ich mache sie auch sehr konsequent. Also es ist nicht viel tatsächlich und es sind viele kleine Dinge, aber irgendwie ist es für mich, es ist so mindblowing, weil ich verändere mich, ich habe auch innerlich eine andere Motivation als früher und einen anderen Antrieb und ich sehe, wie ich Dinge mache und ich mir nicht so denke, wow, das habe ich jetzt gemacht. Ja, es ist mega. Und du strahlst ja auch wirklich ganz, ganz andere Selbstsicherheit heraus, also das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Und wenn ich dann sehe, was für Erfolge du dann auch teilst mit uns, wie viele Rechnungen du schreibst, wo ich denke, wow, auch das, ja, siehst du jetzt anders an. Ja, ja, es beginnt, also wirklich, es beginnt anders zu fließen, es verändert sich gerade. Und auch, ich glaube, also ich habe ja ein Reel gepostet, das jetzt fast über eine Million Aufrufe hat. Und das ist so krass, weil wirklich, es ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich so das Gefühl habe, meine Zielgruppe folgt mir, fängt an mir zu folgen und es ist passiert, es ist die letzten zwei Wochen passiert, aber ich habe ja schon davor ein halbes Jahr tagtäglich was gemacht und ich merke jetzt so, wow, das, was ich rausbringe, das, was ich poste, das beginnt jetzt Früchte zu tragen und das, es erfüllt mich so, ja, mega. Ich ehrlich gesagt auch erfüllt es sehr. Also mich erfüllt es auch, weil einfach deine Energie verändert. Also die hat sich einfach sehr, sehr verändert. Jetzt, Lisa, ganz ehrlich, hast du gezweifelt, bevor du zu uns ins Programm gekommen bist oder vielleicht sogar, während du dich schon entschieden hast? Also, bevor nicht. Eigentlich, weil, geil, ich habe mir das ja eigentlich manifestiert. Weil ich habe schon, bevor du das rausgebracht hast, in deiner dreitägigen Masterclass, hatte ich einen Impuls, boah, ich will das Thinking into Results lernen. Und dann hast du so die Abundance Mastery gelauncht und ich habe einfach nur so gefühlt, ich will das machen unbedingt. Und ich habe es eigentlich auch nur wegen dem Thinking into Results gekauft. Und jetzt in den Calls ist es einfach, ich bin so offen dafür und ich empfange so viel von dir, was du sagst, das ist genial. Aber jedenfalls nach einem Monat oder so, weil ich habe es in sechs Raten gekauft, kamen zwischendrin schon starke Zweifel. Das war auch, als ich gerade in Spanien war im Urlaub und einfach nur am Geld ausgeben, mehr oder weniger. Und ja, und ich habe dir auch schon, ich habe dir auch sogar eine E-Mail geschrieben, dass ich gerne zurücktreten möchte und habe das dann auch mehr oder weniger so abgegeben. So, hey, wenn du jetzt sagst, nein, dann bleibe ich. Und wenn du sagst, ja, es ist okay, dann ist es auch okay, wenn ich gehe. Und ich glaube, es ist beides okay, weil egal, für was ich entscheide, es ist Fülle, es ist ja immer Fülle da. Nur, dass du gesagt hast, nein, es geht nicht. Ich habe mich dazu entschieden, ich habe es gekauft. War erst mal so, ja. Und auch in meinem Umfeld, also mein Mann, der hat das ja mitbekommen, dass ich gekauft habe und so, der fand ich in dem Moment gar nicht cool. Das verstehe ich. Und ich kann es auch verstehen. Ja. Und ich bin aber, ich bin mega dankbar, dass ich geblieben bin, dass es, ja, das ist alles, was so passiert ist, dass ich die Erfahrung machen durfte und war absolut die richtige Entscheidung. Ja, vor allem, du hast ja, du hast ja zurücktreten wollen, bevor überhaupt die Live-Police gestartet sind. Ja. Ich meine, das ist, ne, also, und das ist halt so eine Zeit, wo, vielleicht ist auch für alle so wichtig, ne, wie viel Mindfuck wir einfach haben. Dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, auch für alle, ne, in dem Moment, wo ich es fülle, ja, es ist die Fülle da. Aber dann, weißt du, dann vergessen wir es, ne, ah, oh, was ist, wenn es nicht funktioniert und kommen diese Dinge. Und meistens werden genau die, oder was heißt nicht meistens, es werden immer die belohnt, die bleiben. Es werden immer die belohnt, die bleiben. Und ich habe ja, also, ich habe, ich wollte zurücktreten, weil ich nicht, also, es wäre irgendwie schon ganz, ganz knapp gegangen, die Raten zu bezahlen irgendwie. Jetzt im Nachhinein sehe ich, dass es nicht so funktioniert hätte, wie ich es mir überlegt habe, weil es passiert im Leben viel anders, als man eigentlich denkt. Nur jetzt heute, die nächsten Raten, die noch auf mich zukommen, ich weiß, ich kann sie locker bezahlen. Ja, weil das Geld jetzt geflossen ist. Ja, aber das Geld ist geflossen, weil du dir vertraut hast. Also doch irgendwie doch vertraut hast. Ja, mega cool. Was sagst du Menschen, die, ne, erst mal die Frage, was würdest du sagen, was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit mir? Ähm, ist einfach magisch. Es macht, es macht mega Spaß. Also du bist eine Hammerfrau. Also das ist auch, das kann man nicht beschreiben, weil das einfach so, das ist ein Gefühl, die, die Energie. Ähm, ich nehme so wahnsinnig viel mit, das ist, ja, es ist was. Ich soll verstehen, ich kann es auch manchmal nicht erklären, aber ich weiß mal, wie passiert. Okay, sehr, sehr cool. Und was würdest du den Menschen sagen, die so, die so überlegen und eigentlich wollen sie und die spüren, aber einfach doch noch zweifeln? Was würdest du denen sagen, so aus deinem heutigen Bewusstsein? Ähm, also, wenn es auf jeden Fall, wenn es mega kribbelt, wenn du spürst, es ist, du willst dabei sein, dann mach es, also ich habe auch schon, also wenn das Geld auf dem Konto liegt, sofort, also dann würde ich es auf jeden Fall sofort machen. Wenn das Geld nicht auf dem Konto liegt, dann ist es so ein bisschen, ich finde, es ist beides okay, nur ich habe bis jetzt, ich bin immer gesprungen bis jetzt. Und es gab, außer auch in Coachings, die ich davor gemacht habe. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nie wieder, das war ein richtig Scheiß-Ding, weil ich habe einmal 10.000 Euro auf Kredit ausgegeben und ich wusste nicht, wie ich die Kreditkarte da wieder draufkriege. Und das war eine richtig Scheiß-Zeit. Nur, also heute, ein halbes Jahr spät, das ist vollkommen okay. Ich habe daraus mega viel, mega viel gelernt, mega viel mitgenommen und auf die eigene Intuition zu hören, wirklich, wenn es kribbelt, wenn du fühlst, du möchtest es machen, das fang dich weiter, dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall machen sollte. Danke dir, liebe Lisa, für dieses Interview und es ist ja eh erst der Anfang. Ja, eben. Alles, alles Liebe, wir sind ja noch eine Zeit lang miteinander verbunden. Von daher, danke dir und alles Liebe. Danke dir. Danke dir. Danke dir.